Panzerwende bei der Unterstützung der Ukraine. Deutschland liefert jetzt doch den Schützenpanzer Marder. Ein klassischer Kampfpanzer ist der aber nicht. Der Marder kann bis zu sechs Soldaten sicher ins Gefecht transportieren, gibt dem Kampf Feuerunterstützung. Er ist mit einer 20 mm Maschinenkanone ausgerüstet, die über 1000 Schuss pro Minute abgeben kann. Zudem verfügt er über eine Panzerabwehrrakete. Neben dem Marder hat Deutschland bereits weiteres schweres Kriegsgerät an die Ukraine geliefert. Der Gepard ist ein Flugabwehrkanonenpanzer. Er kann Tiefflieger, Drohnen und sogar Marschflugkörper abwehren. Die Panzerhaubitze 2000 ist die rollende Festung, kann Ziele in über 50 Kilometer Entfernung bekämpfen, sechs Schuss hintereinander abfeuern, die gleichzeitig einschlagen. Kampfpanzer, wie den von der ukrainischen Armee gewünschten Leopard 2, wird Deutschland vorerst nicht liefern. Dabei wäre der Leopard eine echte Verstärkung im Kampf gegen die russischen Invasoren. Der Leopard 2 ist der mächtigste Panzer des deutschen Heeres der Bundeswehr, kann Ziele in über fünf Kilometern Entfernung bekämpfen, verfügt über eine 120-Millimeter-Glattrohrkanone. Sicherheitsexperten sind sich einig, nur mit schwerem Kriegsgerät wird die Ukraine Putins blutigen Angriff abwehren, besetzte Gebiete zurückerobern und das ukrainische Volk verteidigen können. Die Panzerhaubitze 2000 ist einig, nur mit schwerem Kriegsgerät. Die Panzerhaubitze 2000 ist einig, nur mit schwerem Kriegsgerät. Die Panzerhaubitze 2000 ist einig, nur mit schwerem Kriegsgerät. Die Panzerhaubitze 2000 ist einig, nur mit schwerem Kriegsgerät.